Nur ein Video auf diesem Kanal. Okay, was heißt hier neu? Wir spielen einfach nur eigentlich nur weiter. Hallo, ich bin mir mal wieder. Blöck, ob es treu. Wir haben schon vorhin Leute gezockt, aber... So? Wie? Na. So, Leute. Wenn ihr euch sagt, ja, Leon... Ja, du hast ja was Neues. Leute. Hier ist nichts Neues. Na, warte Leute, mal einen Kommentar. Alex, komm an! Ähm... Hm, nee, ich bleib noch bei der Farbe, Leute. Ich find die schön und geil. Schön, wie ich die schön finde. Warum kann ich das nicht... Verfigbar ab... Kolonne Level 40. Ja, ach komm! Semte, ja, was ist besser? Ich ne die Semte, weil die X4D glaubt schneller, ne? Junge, wie ich schon wieder aussehe. So. Da steh' Leute immer noch was. Ich hab'... Ach, ja, jetzt seh' ich's. Jetzt seh' ich's, Leute. Senkt die Wirkung von Blendgranaten und Schocklandungen. Hm... Hm... Es waren nur Sachen, Leute. ich hab'... Du bist mit den Schwerzen. Du bist mit dem Schwerzen. Alex? Äh, was ist besser? Türkis? Oder das Goldene? Ich nehm'... Ich glaub' Türkis. Alex, schreib' mal was besser ist. Pfff... Ich nehm' das, was... am seltensten ist Leute ich nehm mir Raps ne um die Gegner so hart abzufucken Dirkies ja hab ich auch Mom Alex kommst du an ich warte dann so lang was hab ich denn neues dass das Spiel mich wieder so hart abfuckt was hab ich denn hier so neues ja ok fertig ich hab immer noch was neues das jetzt dann 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 K Mann, Leute, ich hätte kurz ne Party bei. Jutta, er lädt mich an. Jupp, hat er. Ja. Jutta, ich bin so online-dienst, 80%. Ey, Alex, bei mir steht ganz ja bei diesen Lackierungen oder irgendwie sowas, dass ich etwas Neues habe, aber ich habe doch nichts Neues. Ich habe auch, glaube ich, jetzt auch, das ist nur, weil was Neues reingekommen ist, so als Dingstahnung, aber kannst du nicht wegmachen, weil du es ja natürlich freigeschalten hast. Ach, denkst du? Ja. Ja. Und doch nicht in echt essen, oder? Nein. Hä? 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 Hä, sind nicht über 10 Millionen eigentlich schon, äh, weg ums, drei Spieler? Frag mich nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. aufträge ja ich glaube ich diese farbe das kriegen wir dabei da kriegen wir keine dienst wir kriegen da keine pakete also wir kriegen sich mal wieder aber mit fragezeichen für was keine vorratsdinger warum auch immer ich eigentlich fertig das ist schon drin sondern online natürlich immer wieder ich guck kurz jeder hat bei mir was neues ach auf einmal steht bei mir das was neues hat danke dafür so gibt es hier noch irgendwas kann man hier nicht der kiste dabei ist geil aus alex kann ja wo hätte ich das ist jetzt sogar gepasst okay ich bin fertig so viele kaffee vom schwarzmarkt oder soll ich doch das goldene nehmen ich bleibe ticke ist wie viel geiler aus alle ich bin der vmp 6 ich bin schon mal level mit dem nach zwei spielrunden ist einfach bitte zu gewinnen der vmp pp die peter tue ich kann nicht kurz dingens online suche dingens abbrechen kurz das war ja wie einfach kreis mit der schilder wie verlassen so der kreis dann nicht nur durch alleine verlassen party mitnehmen abbrechen er hat mitnehmen während das ist doch selber so ist sie wohl hier und so gut spielt noch überhaupt jemand also gut wie die prozenter sind das war so ist aber kurz er hat wichtig hat die einladen er ist wie es spielen 55 Prozent ja das müsste doch dann gehen von allen spielmodus es ist schon wieder rote so unlogisch alle kann ich wie kann man sich das bild ändern hintergrund bild und profil bild du hast ein profil bild und ein hintergrund bild wie der spinne ja zum beispiel das musst du freischalten ja aber ich habe irgendwas ich habe voll viel freigeschalten wie kann ich das benutzen du musst start also optionen taste drücken ja ich bin ich siegten karte und da drüste drauf da kannst du dich ändern oha ich habe voll viel ich habe so viele legendäre karten haben wir auch jetzt auch wieder laden bestimmt und hörst du ob das geräusch überhaupt wartet noch mal ich habe schon drin aber hörst du sich doch das gelb ja immer wenn ich lade so ein samt und kabel oder sowas ach ist bei dir auch am arsch keine ahnung bei mir so ein controller wahrscheinlich hinlegen also wo ich vorher hingelegt habe konnte laden aber wenn ich ihn hinlege jetzt welche war für solche nämlich dem club die pump weil als bei dir war habe ich einfach so eine 4 in 9 ist wie gern mit der pump auf der märz die recht die direkt hoch alter nein da hat mich noch das ist auch die durchwählen aber die geht doch weder mit ist doch alles gut in den meisten Prozent wieder bei drei auf drauf zu gucken okay zu einfach nein ich spüre es ja weil und wir mit uns tiefer ja ich habe es auch kurz geben gemerkt ja oh mein gott oh mein gott ja wo ich weg ja wo muss ich hin alex ich kenne die map nicht mehr mein gott nein fertig jetzt reißen wir vm p ja wie soll ich schon an die warte hätte ich meinen leisten vorhin gesehen okay du leckst aber echt egal aber gott aber gott wo ist handy seid ihr dumm da ist doch jemand drin und ich stirbte ja aber ähm sehr leise ich bin selbst aber kopf hoch oh mein gott wie viel hitmarker ja müssten der unten hä hinter dir ich hab ihn geholt toll danke dass du mir erst sagst wenn ich sterbe hä ich hab mich noch erst gesehen als du gestorben bist ich hab mich noch erst gesehen als du gestorben bist ich hab mich noch gleich drauf geschossen hätte du bist gestorben hab ich noch viel drauf geschossen wow warte ja gut da ist jemand da ist immer drin da ist jemand die gleich geraden er gleich kommt jemand hinter denen und dann sind sie down von hinten ernsthaft sagt scheiß drauf meine dinge ist da ach ach francesco fuzure du wichser nein ja wer wurde hier leck ok ich hab die ich hab jeden wurf gehabt mit granaten verkackt wie das war diese drohne da oh mein gott was da war so eine bombe ach luci flut genau genau und vor mir einfach nein hinter mir und vor mir wollte ich verarschen nein nein ach ok ich höre glaube jetzt auf mit granaten zu werfen außer ich weiß da könnte jemand sein ich habe langsam keinen bock mehr wegen diesen doch ja fast noch geschossen da ist ein erbe enttäuschung da kommt er mit der war die 50 weiter nannte Pappkant Schottschitz alter beim Bruder ich brauche mal ein visier für die sniper man ja es kommt lieber da nein der hat mich doch gesungen nur 100 Punkte macht immer Black Ops das ist voll wenig 100 Punkte für so viele Spieler mann der behinderte Kill aller Zeiten war ich das sieht aus wie Nicole ist aber ich war da noch nie in diesen da wo die gerade stehen guck mal ich wäre fast ich hätte fast 17 Kills alter aber nur wegen der Sitz assist richtig scheiß immer abgestaubt die 415 fände ich nie in die die 415 fände ich nie in die das ist immer noch ja was alles macht es doch aus alter mann das auftragstehende sicher auch in der stück erreichen sie die 650 abschüsse mit mp ist nur 110 abschüsse auch mann wo siehst du das eigentlich der ist auftrag bei schwarz macht kannst du aktivieren bis auf aufträge dann steht da irgendwas ja kaugummiherausforderung absoluter sieg ok siege können noch easy machen gewöhne ich gerade über wie lange das dauert ja guck mal wir haben erst nicht die map schon wieder mal jetzt neid ich einfach ganz im ernst wie viel siege hast du eigentlich weiß ich nicht hat mich gesehen nein und nach diesen siegen ding kriegst du 21 glaub 10 vorräte 10 vorräte und eine davon kriegst eine waffe ja geil bestimmt ist dann wieder so ein raketenwerfer könnte auch sein es könnte alles sein sogar ein messer ja mindestens nahkampf alter wird doch kein raketenwerfer ich glaube da gab es nahkampf und fernwaffe glaube ich dann so jetzt neidisch schottgang also das stand doch so für fernkampfwaffe der schocker ist auf jeden fall eine fernkampfwaffe jetzt neidisch aber ganz im herz ich habe jetzt keinen bock drauf dass die jetzt ganz ziemlich von da unten gesnabt haben doch ich denke schon wieder ok jetzt wollte ich von hinten ja ich brauche hier gut doch genau jetzt kommt der doch genau uja tatsächlich waffe für ein scheiß rückstoß yabe von vm p nach fast genau Ich mache nur todes statt kills Oh der hat mich doch gesehen Hä? Nein! Wie konnte mein Schuss sie nicht treffen? Nein, das hat mich schon wieder snipen, ne? Kleiner Wichser. Hast du ihn? Ja. Oh, ich habe so viel Hitmacher gegeben. Also jetzt habe ich den Stuhl mit dem Minaski gewerbt nicht. Der Karnate erledigt doch, wollte ich gestorben. Loll. Oh, shit. Digga, jetzt no-scope ich einfach. Ach, was? Nee, man kommt zu mir. Nein! Oh, Gott. Und ach, der hat schon gezielt in dem er gelaufen ist. Oh, wo steht ich? Fuck, jetzt die Gegner suchen. Mal so ab mit Cerberus. Mit was? So, mit Cerberus eines im Panzer. So, hier einmal. Und vorritte durch einmal. Ähm, Alex, ich war gerade hinter den Gegnern. Hast du gerade gesehen? Oh, hier ist was Cerberus. Alex, kannst du dann bitte meinen Livestream angucken? Ich stand gerade einfach neben die Gegner und habe alle weggesnabt, ne? Ich stand einfach neben denen. Ja. Ey, Mann. Digga, ich war auch schon mal selber und wurde weggespawned. Ey, ich mach dich schon wieder, ne? Ich hätte dafür da. Ey! Ich bin grad gegen ein Team mitgeflogen. Ja. Die denn vom PC? Spiele, B.O.B. Ähm. Ähm. Weggefahren. Juhl, also zu fege... Zu... Zu... Zu fege Raff. Der hat Geburtstag? Cool, der hat Geburtstag! Ja! Ne, die sind Bauhaus. Ups. Die sind Bauhaus. Die sind auch Bauhaus. Papa hat mir vorhin gesagt, die gehen in Bauhaus. Ja. 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 Den hab ich. Den hab ich grad bekommen, ne? Red webs. Adios. War jetzt nie mein was. Sind ihr unsere? Ja. Weil ich hab, ich hab, ich hab gerade keine Lust auf Raps. Ja, unser Raketen wäre. Boah, schön. Los, meine Brüder, tötet sie alle? Wo ist der hin? Ich habe ihn noch. Hörst du alles, den habe ich kalt gemacht. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Alle Kürze, mal kurz mal Livestream. Ne, ne, mach lieber nicht wegen Internet. Oh, das ist was, was du. Oh, das ist was. Oh Gott. Wie viele Tote habe ich? zwölf ich bist du wohl zu hart abgefragt ganze bett mit dem bus bis raketen auf ganz eisener abgefragt wurden ich möchte ich glaube dass es ist wenn ich mal verkehrt mit v&p das ist hier verkehrt ich war immer so im haus weil ich wusste dass sein welches drin sind hatte ich komme gleich die runde wird gesucht na ja okay ich komme ich glatt toll zufall also machen was du willst es gibt keinen sicher so 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 Vielen Dank. Ich mag Dingens. Moskowski Salat, ich mag das noch. Du hörst so richtig, bisschen Dings, äh, scharf gehf. Mhm, das mag ich einfach. Ja. So, ja, ja, scharf. Ich bin, ich bin scharf gewöhnt, ich bin scharf gewöhnt. Ob. Ich kann nicht mal einen Döner mehr ohne scharf essen, ich muss mir immer scharf holen, weil, wenn ich ohne scharf esse, dann schaffe ich, schaffe ich es nicht den Döner zu essen. Also ich esse nie, sie esse Döner mit schaff und ohne schaff. Ohne schaff schmeckt man die so zum Besser, weiß. Singen. Ich esse es trotzdem, mir gefällt scharf einfach. Oh, ich bin zweiter, mit zwei Kills. Vierter. Ja. Ja. Oh, so gut hab ich irgendwie ungemacht das. Alter, ich hab das festgehalten. Oh, ist das du? Wo? Als ob er da drin ist. Hi. Was machst du? Okay, Leute. Ein bisschen Problem mit Inter. So eine Scheiße, ohne Scherz. Morgens ist immer ein gutes Willen, aber dann nachmittags. Ja, wenn der Wichser da oben immer on ist. Da kann ich dir nicht beitreten. Ich weiß es nicht. Es sind viele Spieler in der Fall, ne? Ey, wie haben die das so eingestellt, dass es nur 10 Mio sind? Ja, ich verlasse einfach die Runde. Ich verkack' eh grad so hart. Hä? Ich kann die nicht annehmen. Loll. Da steht es abgelaufen. Es ist abgelaufen. Es sind zu viele Spieler in ihrer Party zum Einstieg. Hä? Was labert der? Weil ich dachte noch mal von neun. Alter, wie wurde eh grad weg? Oh. Bist du jetzt drinnen oder wie jetzt? Ich bin auch in der Runde. Ich war's ja der Dingens. Weißt du, warte. Oh Gott, ich verlasse die Runde. Ne, ich werde nur ganz auf diesen Bogen gefickt, ne? Da steht einfach, dass ich immer noch in der Party drin bin. Ich glaub, du bist noch mehr in der Gruppe drin, heißt das. Kannst du mir beitreten, ne? Du versuchst? Ich glaub, ich müsste dir durch beitreten. Ne, Fehler. Zutritt zur Lobby nicht möglich. Aber Gott. Zutritt zur Lobby nicht möglich. Warte, ich kann doch mal ausprobieren, weil jetzt bin ich kommt kurz raus, Dingenswörter. Geht nicht. Da gehen wir kurz auch raus nochmal. Aus Black Ops? Also Kreis. Ich bin kurz raus, bei diesem ganz komplett Startbild schon bin ich. Ja, dann X. Soll ich mir wieder drin? Ja. Ey, ihr seid Kampagne, fuck. Ich bin Level 18. Hm? Was macht die PS4 grad, hä? Dritt mal bei Alex nochmal. Och. Einmal mit dir hier spüren. Schon wieder. Ww2. Haben wir einen Aufsatz? Was ist das Schaft? Oha. Okay. Bist du bereit? Ach, schade. Ja. Ich wollte kurz wissen, ob ich nochmal den Siebspass runterladen kann, da kann ich nochmal ein Kissen öffnen, aber leider geht es nicht. Welchen Siebspass? Da kriegst du Dings, äh... Ja egal, das kannst du jetzt eh nicht mehr machen. Nach der Runde? Bei dir hast du auch. Äh, hast du 10, äh, Vorauslieferungen bekommen? Nein. Da musst du es noch aktivieren. Da machen wir nach der Runde, okay, sag ich dir, wie es geht. Ja. Aber dafür musst du dann Dings auf Team Deathmatch verlassen, also mit mir. Ja. Da habe ich ungefähr weiß, wo wir sind. Ah, ich probiere neben deinem Leben eine Tabasco Suppe, ne? So. Tabasco Suppe. Tabasco Suppe. Ja, Tabasco Suppe. Ich weiß es nicht geil. Tabasco, das ist... Sie machen doch vier Löffel Tabasco rein, vier Löffel, große. Aber ist es wirklich scharf, oder? Es ist sehr scharf, meine Lunge hat so gebrannt, ich musste so viel Milch trinken. Ich muss noch einig machen. Nun, das ist einig machen. Also die Blödsinn, ich muss noch einig machen. Okay, hier ist mein Prozessin, ich muss noch einig machen. Ich muss noch einig machen, ich muss noch einig machen. sagt man einfach so bedrohung bedrohung neutralisiert okay jetzt läuft es gerade bei mir bei mir läuft bei mir läuft bei mir läuft die nase bei mir läuft es nicht ich mache schon wieder so viele assist ist so wo ich gerade dahinten guckt habe die beiden haben wir beide haben vorritte oh yeah ohne ja auch von hinten auch das waren sogar die zwei hat ja auch der der obere gekillt ja ja schön aufräumen alex auch noch mal hinten alles macht what the fuck ganz im ernst ja jetzt neite ich mann ja und ja 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 ich bin auf jeden fall gestorben nein ich würde gerade springen weil ich gerade auf der karte die gegner sammeln wahrscheinlich wahrscheinlich nein schon wieder mann ich konnte nicht nach unten gucken hauptsache meiner sagt achtung schnippe kanad oder so aus indem sie erst explodieren du willst mich verarschen als ob da wo ich nachlad oder was da ist ein gegner toll doch auch hier würde ich machen macht schon wieder halt ob ist so so geschossen ja was hier fuß war das vor im körper vor auch die ok 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 du hast jetzt irgendwas gesagt ich kann dinge zehn dinge öffnen ja jetzt kommt wieder das schöne animation die opferien schön er ist ein neun auf unsere schul da ist platz dieser russe da ja bei uns hat er ganz neu der ganz neue bei dir oder bei mir dann lassen da ja der hat so ein weißes cent meistens an also war kreis und mit mich mitnehmen nochmal kreis da muss irgendwo shop stehen bei dir ja kartenpakete ja dann ist er so darum siehst du es mit zehnmal und einmal bei mir ja kostet mehr geld da steht auch gekauft oder nicht nein bei mir steht es wird 49 99 ich kann immer mal drauf drücken ja gut dann hast du gerne kann so süß aussieht nicht warum auch immer aber gut ist emblem der Ja, es ist wichtig, dass du wiederholst. das mission meister schaffen sie hundert prozent der mission so viele dinge also was gesagt option ja hier also wie viele ich habe genau wie du mein altes hin nachher ich und du lehren kommen ein neues emblem an mir ja was ich nur kurz irgendwas damit ich das kurz anschauen kann ja ich sehe dann es nicht war doch doch bei mir bist du ist so nur so eine frau mit einer grün kettern der ist keine frau sind zwei jungen status noch einer ja er drüber kreis weil wir müssen neue luft besuchen weil hier ist noch ein martin auch er kommt zu meiner lobby lieber jetzt guck du mein hintergrund an dessen wir beide zwei maschinen kommst du ja ich bin doch bei dir drin sehe ich aber nicht warte wenn wir sucht gleichzeitig spieler und gleichzeitig muss hier beitreten ja kein wunder warum es gerade nicht geklappt hat ich möchte jetzt reinkommen nein zutritt der lobby ist nichts irgendwas keine ahnung geht nicht ja weil du vielleicht gesucht hast jetzt weiter los zutritt zur lobby nicht möglich ein beitritt in lobby geht doch guck dir ist mein ding ins an aus ist ganz stand das ist ding amir rassi jenen nennen 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 besiedsmeister dann kommt hat kein mann sich durch die zwanzig ist doch unfaire gegner oder ja der ist ganz gold geht auch klar Ah ne, diese Map schon wieder, ne? Warte mal. Ich glaube, bei uns Gegner sind nur über Level 100. Warum? Warte mal. Oder woher willst du es wissen? The Art of Warcraft. Ne? Wo siehst du das? Wie das Spiel WoW, alter. Hey Alex, was ist dieser Ding? Ein Schurke, Spieler und... Das kriegst du nur... Ich hab ihn dir doch mal erklärt, Leon. Ich hab's vergessen. Ja, wenn ich das richtig sage. Der Schurke... Wenn er zum Beispiel ein... Wenn ich dich zum Beispiel tötege und du bist Feuerbreak, gell? Ach, dann hab ich Feuerbreak. Okay. Ja, und wenn du noch einen anderen, übrigens, kannst du zu ihm wechseln. Die Spieler kannst du Ding kaufen. Schon gar ein Ding kaum geht. Ich bin durchs Fenster gesprungen, gell? Ja, okay. Und die Gegner sind in Alphas Prestige. Also nur einer ist nicht Prestige. Ey, ich bin auf jeden Fall nice. Was für ein Headshots? Ja, der hat einfach durch den Boden geschossen, hat mir Headshots gegeben. Alter, wie der Typ hier bei uns leckt Alex, ne? Wer? Der... Äh? Einmal gucke ich da nach unten. Schon bin ich tot. Ey, wo, wer fuck mich denn ganze Zeit ab, wenn ich weg springe? Aber immer von hinten, freu dich. Da über uns sitzt jemand. Ich hab so ein Glasgeräusch gehört. Ja, ja. Ja. Abi. Oh mein Gott. Wie? Der Ripper. Oh Junge. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ach. Gut. Wir sind immer fast tot. Ist so. Immer wenn ich gegen jemanden kämpfe, ich bin fast immer tot, dann regerniere ich. Ich hab noch so wenig Schuss. Na, jetzt hab ich wieder an Position. Äh. Also ich brauch auf jeden Fall Müllerer. Ach man, wie gut sind die alle? Die meisten schießen einfach nur rein. Guck mal kurz auf die Level. Ja. Och komm. Nur hunderter fast. Ich dachte grad noch campen du, die Rampensau. Ey, die kämpfen überall, die kommen immer von hinten. Ich hab jetzt auch campen. Guck mal was die für eine Reaction haben, Alter. Die hier spielen jetzt ne Runde im Wasser. Oh. Ach, piss dich. Du boxt mich nicht tot. Guck. Wie hat der mich gesehen, Alex? er macht nicht unsere schwebeladung jetzt bist du aber krass guck schon wieder weil ich hier drohne ich denke immer dass ich denke aber das unsere team jetzt legen ja man da lädt jemand so hardcore hinter uns müsste jetzt einer sein ja genau er kriegt mich aber ich ihn nicht er weiß nicht wirklich von wo wir immer kommen ja das meine ich doch jetzt bin ich noch runtergefallen als maul ich dachte gerade wenn ich den nicht bekomme ich bin jetzt meine dinge ja nur sechs kids von hinten mit ripper danke wie dumm ist mein team der trinkst du ihn einfach nicht woher liegt ist da dumm also das ist sogar noch ja von hinten du warst der letzte kinder wir haben gewonnen ich dachte gerade das ist der legale wir haben die ripper einfach ja digga hä what the fuck man wenn ich habe die auch verbinden unterbrochen leon hm was ich habe die auch verbinden unterbrochen bei mir ist internet gut 17 15 ich hätte merke zu machen nur assist alter ich hasse allgemein diese meto ich habe irgendwie richtig bock auf echten apfelsaft also nicht denn nicht mit mir was ist sondern so ja natürlich weiß ich denke die belohnung 12 so so ich öffne ja aber nach und gute waffe glaube ich glaube ich ich zeige sie kurz gleich ich habe irgendwas beim schwarzmarkt ja da war es so ich sage ich meine waffe die ich gerade gezogen habe ist die geil also die kann so läser schießen ach ich weiß ich diese die 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 hat solche drei zacken gell eine so um eine links rechts eine ja das die kann sie kann so elektro die schießt elektro dinge weißt was wurden mit der waffe man die immer ist worden mit der waffe links rechts links rechts links rechts links rechts links rechts was ist für eine map ich hab's gar nicht gesehen ja die sind wieder oben ja dann nämlich die wir jetzt sagt man na guck mich gleich an ja die macht wundert gute wird doch genau du kommst drauf aber ich nicht da ist noch einer doch mit einer neuen waffe warum soll ach dieses lange muss doch flinke hände mit mädchen ist doch schnell den du kurz kennen wolltest der läuft einfach zurück ich will dich kämpfe an der ich bin hinter dir meine nase juckt bei uns ja ich sehe gar keine gegner es sind auch nur zwei lol geil man geil man wo ist der bei mir im haus drin lol ich habe einfach nur um mich rum geschossen und trefft ihn ja von ja digga die führung fasst aber wir können irgendwas kann ich jetzt noch mal die nur zu zweit junge die ich genau noch assist sind da ja hab ihn ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe die 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 nicht du ich meine gegner zu gefahren wo ich noch sehe dass sie zu viel geflogen nein jetzt hoffen wie schlecht muss man seinen doppelst abzustauen ja guck mal alex die kinder schon alle jetzt reizt mir alter vmp mann gott speziell spezialist einsetzen was komisch ist eigentlich genau willst du die neue waffe ja geht es gibt was besseres aber nein mach doch den double kill nein ich hasse es hat er vor und auch nein das schießt jetzt auch auf mich ich raste noch aus mann genau ich hab's gefühlt nicht was auch hinter dir komm welche da ist nämlich die war für alex und gleich wird mir genau gar kein rückschuss aber nur so gut wer kann rutsch auf seine waffe er immer hinter mir ich hab's ich ja ich habe auch keinen bock mehr auf die ich habe das gefühl ich habe gefühlt ich habe das gefühl die hecken hatte das durch rainbow der eine hat einfach ein rückstoß ich lass keine runde mehr black of sie reden jetzt kurz noch über das kanal okay also leute wir ich und alex aus dem kanal ich habe mir kommentare wie wir ihn nennen sollen wenn man ist keine kontakt kommentare gibt oder wenn es sich gefällt überlegen ist was selber gell alex und ja leute das wird jetzt nicht so ein name sei zum beispiel alex leon es wird er jetzt auch nicht so in gg name so wie man kann wie dieser kanal name wir werden uns diesen kanal teilen aber einer von uns wird es halt immer diese videos machen wer wird von uns machen ja okay ich überlegen was auch noch leute also schreibt einfach die kommentare und so ein zuglasten like da unten abo ist kostenlos als war es von meiner seite von di alex ok ciao ciao